Ruhe! Hä? Toxic. Mieke auf fucking Microphones. Fucking Crewmate, dude. Ich könnte kotzen, Alter. Junge, ich war gestern, wir haben No-Joke 10 Runden gespielt, ich war nicht einmal Impostor. Es ist insane. Chat, wisst ihr, was smart ist? Guck mal, ich bin jetzt so oft Crewmate, ich kann richtig studieren, wie es ist, ein Crewmate zu sein, dass ich gleich, wenn ich ein Impostor bin, richtig so sein kann wie ein Crewmate einfach. Ich hab so Angst, dass ich gleich Impostor bin und es so geistig abfacke. Lass uns hoffen, dass das nicht passiert. 2.000 Jahre später. Dicke, finally. Okay, dann schauen wir mal. Ich tue einfach so, als würde ich Tasks machen, oder? Das ist am smartesten, glaube ich. Es ist vielleicht smart, am Anfang nicht aufzufangen erstmal. Uitten rechts links neben Shields. Unten rechts? Okay. Links neben Shields da der Raum, der Zwischenraum ist. Ich war mit Sammy Boy am Anfang unterwegs, dann hat er mich verlassen und ist als erster runter Richtung Shields gelaufen. Hast du noch besser zurückgeblieben? Ich bin richtig in Shields, hab da Brandon gesehen und im Raum war kein Report, entweder hat Brandon selber reportet oder da ist irgendjemand noch grad reingekommen. Sammy, was hast du da gesehen? Also hast du noch irgendjemanden gesehen, der da rumläuft? Ich hab nur Brandon unten rechts gesehen. Was war die letzte Quest, die du gemacht hast? Shields. Was war das für ne Aufgabe? Warte, warte, Brandon ist nicht so sass wie Sammyboy. Hör auf, Hör auf, Brandon so auszufragen. Lass kurz klären, wer wen clearn kann. Ich kann Danny clearn, ich kann Stefan clearn. Wir beide waren V02. Ich hab niemanden gesehen die ganze Runde. Doch, du hast mich gesehen. Carl, du warst bei uns? Also Carl, du bist bei uns. Ah stimmt, ich bin so blöd, ich war mit Navigation, jaja. Auf Richtung Leiche hab ich Sammy gesehen, ich weiß aber nicht mehr, ob er mir entgegen gekommen ist oder mit mir gelaufen. Ich bin von oben gekommen, hab dich da rumstehen sehen und bin dann direkt in Admin. Ich muss weniger reden. Wo war Kevin? Ich war Reactor und hab grad den Reactor da gestartet mit dieser Aufgabe. Das Ding ist, Kevins Stimme ist keiner angespannt. Das war so wild, das war so wild. Nein, ist doch durchgesetzt. Kevin ist so ein bisschen, so ein bisschen. Bro, ich war ein Reactor. Carl, ich war ein... Bro, was? Carl, wo warst du denn, hä? Ich war ein Reactor und hab meine Aufgabe gemacht, Junge. Laut, laut, laut. Ich bin's doch nögen. Shhh, 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 shhh. Shhh, 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 shhh. Das war so fucking wack, shit, das war so fucking wack. Das war so fucking wack. Ich snüffle den Imposter raus. Das ist fucking... Brandon, so dumm. Ich muss ein bisschen chillen, ich muss ein bisschen chillen, Jungs. Nein. Wir swipen hier die Card. Wir tun so, als würden wir hier die Card swipen. Bip, 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 bip. Okay, wir gehen zu Electrical. Wo ist Electrical? Hier. Oh, Sammy, du. Äh, wait, hier, ne? Bip, 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 bip. Wenn jemand fragt, hab ich jetzt die Leitungen gelegt in Electrical. Soll ich wenden, Chad? Ich weiß nicht genau. Ist das smart, zu wenden? Ah, fuck. Okay, ich muss wieder die Credit Card swipen. Ich hab den Buddy gefunden in Reaktor, oben längst beim Task. Wer war in Camps? Wer war in Camps? Ich bin... Warte mal, Kevin. DGO, Stefan. Ich war gerade in L und hab Credit Card geswiped, Bro. Und hab vielmals verkeilt, weil ich ultra dumm war. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, 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 warte mal. Nee, 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 ganz kurz, ganz kurz, Kevin, du hast grad... Warst du, warst du bei Camps, diese Runde? Ich war bei Camps. Ich, 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 ich weiß nicht mehr, wo die Camps sind, Bro. Ich war bei Admin grade und hab, wie gesagt, diese Credit Card da gemacht. Und davor war ich, äh, Kaffee zu rieger. Jo, okay, ich verfolge Kevin, ich hab's eh, das war die einzige. Ich hab's nicht gesehen. Jungs, Kevin hat anscheinend zum zweiten Mal die Credit-Card geswiped, der hat am Anfang der Runde schon die Credit-Card geswiped. Nein, Bro, davor habe ich den Reaktor gemacht. Vielleicht ist es dich hochgegangen bei Kevin. Man, Karl, ich habe gerade viermal verkackt, ich habe es immer zu schnell gemacht. Kevin hat am Anfang der Runde die Credit-Card geswiped. Nein, Bro, ich war beim Reaktor. Vorher. Ja, der Reaktor ist der tote Bank. Mann, Karuso, warum laberst du so viel, Bro? Okay, das Ding ist, Karuso und Karl beschädigen jetzt Kevin und Karuso und Karl sind die ganze Zeit zusammen rumgelaufen. Ist auch ein bisschen sass. Also ich war halt nicht, gell? Wess, ich küsse in den Augen, Wess, ich küsse in den Augen. Wess! Mua! Mua! Wess, du bist der beste Junge! Er kann nicht zweimal die Card gemacht haben, er hat sie am Anfang gemacht. Bro, ich habe die nicht am Anfang gemacht. Nein, ich habe den Reaktor am Anfang gemacht, Junge! Du hast in der letzten Runde den Reaktor gemacht. Mal Reiss! Lass mal Reiss! Kann man, labert ihr alle übereinander oder kann man ein bisschen chillen auch? Ich habe am Ende der Runde gesehen, wie ich bin nach links gelaufen und Kevin ist mir genau entgegengekommen und er ist quasi Cafeteria irgendwo nach rechts gelaufen, soviel kann ich sagen. Okay. Ja, aber wenn er dir von links schon entgegenkam? Oh, Junge, aber... Ich habe nur gesehen, dass er da in dem Raum... Er kann nicht zweimal die Karte gemacht haben, Junge! Kevin sagt, Kevin sagt, er hat bei der Karte gefehlt. War aber nur eine Millisekunde an der Karte dran. Ihr dumme Hurense... Bye-bye! FAM! Aber Reiss will das holen! I believe in Reiss, Chat! I believe in Reiss! Okay, wo ist Reiss? Wir gucken, wo ist Reiss? Kann man, äh... Warte mal, kann ich weiter sabotieren? Oh, das ist nice! Äh, was soll ich sabotieren, Chat? Dann sabotieren wir O2. Sehen die anderen auch mein Geist? Ah gut, ist ja egal, die können ja eh nicht reden. Okay, da ist Reiss, okay. Oh, Reiss, bring doch Reiss! Bring doch Reiss! Bring doch Reiss! Go, go, go! Reiss, man! Let's go! Huge! Fucking huge Reiss, man! Okay, let's go. Oh, das war knapp. Ist es smart, direkt nochmal was zu sabotieren? Eigentlich schon, oder? Dann können die die Tasks nicht machen. Okay. Alright. Reiss liegt in Storage, oben am Ausdruck. Oh, komm, Reiss liegt in Storage. Reiss liegt in Storage, oben am Ausdruck. Oh, komm, Reiss liegt in Storage, mein Jungs. Also, ähm, Karl und Karou... Ja, Karouso, Karouso ist relativ safe. Der hat, äh, seine Aufgabe gemacht. Äh... Ich war erst unten bei O2, hab gesehen, dass Sami gefixt hat, bin oben zur O2 gelaufen. Und Karouso und Karl sind sehr, sehr spät erst hingekommen. Reiss wird grad nicht den gewusst, der hat Karouso was dem gemacht. Reiss sagt nicht, ist so smart! Der Junge ist so intelligent. Guck mal, wie ruhig er ist, Bro. Er sagt nur so, ja, glaube schon und so. Bro, das ist so smart. Keine Ahnung, er hat so ein Gefühl, wie bei Kevin. Aber er hat seine Aufgabe gemacht, hat gechillt, wir waren zusammen, er hat mich nicht gekillt. Easy. Kann auch sein, dass eine Taktik von ihm war. Und dann ist er nach oben gelaufen, irgendwie nach... Wurz links. Wo wurde denn der Body reported? In storage. In storage. In storage. In storage. Guck mal, er sagt nur in storage. Als wir da miträtseln. Ja, das kann... Und Reiss hat noch zum ersten Mal, niemand vermutet ihn. Das kann Sami... Ranton kann es auch nicht gewesen sein. Reiss? Was sagst du? Nein, 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 nein. Ja, ich war es halt auch nicht. Ich check mich mal. Ich spiele mich auch rum und mache ruhige Dinger. Oh nein, oh nein, oh nein. Reiss war nein! Komm, wo wurde Sami? Wir sind viel zu uns, aber wir müssen es gehen. Wo wurde Sami? Wer fand es keiner? Was für... Ich war das gerade... Ich hab erst abgelaufen. Okay. 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 Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Good job, Reitz, man. Tanny, Junge. Tanny macht sich kurz Pizza. Chat, warum kann ich diese Sachen hier zum Beispiel nicht... Ähm... Ähm... Hier... Sabotieren. Gibt es dafür einen Grund? Ah, die werden auch wieder freigestellt. Ah, okay. Okay, wer war gerade in storage? Ah, das sind Türen? Ah, okay. Ich war die ganze Zeit in Türen. Ich, ich, ich. Also, Brandon, Karl, Stefan, Caruso, glaub? Ja. Das war riesig. Das heißt, ich muss sein, weil ich habe nämlich... Nein, 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 nein. Ich habe einen anderen gesehen, wie jemand von Mad Bay in den Camps gegangen ist. Ah, ah, ah. Ich war gerade die ganze Zeit mit Stefan und Brandon unterwegs und die Leiche liegen... Nein, 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 nein. Oh, jetzt, man muss noch was sagen. Oh, jetzt, jetzt kam der, hä? Perfekt! 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 Ja, er war links. Come on, Bro. Da habe ich gelaufen. Und ich habe gesehen, wie er... Du bist von rechts nach links gerade gelaufen. Ja, wir hatten, wir hatten von uns noch eine Aufgabe. Ich nicht. Ich habe alles gemacht, so lange. Ich habe noch eine. Ich habe noch eine irgendwo und rechts. Ihr habt noch eine und rechts? Okay. Ja, schauen wir uns das machen, wie du die machst, ne? Ungefähr noch übrig. Na, lass Reese nicht hinterherlaufen. Aber wenn er jetzt alleine stirbt, wissen wir ja das... Gut, 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 schau. Und dann... Ja. Weil ich einfach alle auf einen Pack... Ja, als ob ich jetzt der Letzte bin, dann bin ich eine Aufgabe. Ey, wird so gefickt. Ich glaube, das können wir nicht schaffen. Nein. Die haben so Ahnung, du. Die haben so Knowledge. Die haben so Knowledge, du. Alright. Kann man... Ja. Kann man bei Madface... Man muss gleich sabotieren, während die da hinlaufen. True. True. Ja, irgendjemand hat gesagt, man soll voten. Skippen. Haben wir gesagt. Ach so, sorry. Smart. Nochmal gelacht und einen Gag gemacht. Top. Red's man so smart. Jetzt muss er halt rechts unten hinlaufen, ne? Das wäre smart. Um die shitty Aufgabe zu machen. Oh ja. Oh mein Gott. Er macht das. Red's man so huge. Aber er muss auch killen. Okay. Nein. Ja, let's go. Let's go. Oh. Huge. Oh. Oh. Okay. Unten rechts. Jetzt muss es eindeutig sein, weil... Ah, warte mal. Das ist ein Bait. Es könnte Self-Report-Gewinn sein, aber... Wir müssen... Glaub dir niger. 100% dass Brenton, Karl und ich, wir sind safe. Wurde. Rechts. Also nicht ganz im Coms, sondern 4 Coms. Red's man muss reden. Red's man sagt doch was. Nee, Digga. Red's man muss was sagen. Navigation ist, glaub, rechts. Sammy hat mich in der ersten Runde auch direkt getötet und hat dann gesagt, ich hab gefunden, ihr habt gefunden und hat so auf Ding gemacht. Wow, smart. Die traur ich gar nicht mehr, Sammy, meinst du? Ries, das Ding ist so spielst du ein bisschen den Dummen, ne? Ja. Ich muss den Task machen. Was? Ich kenn das Spiel nicht. Warte mal. Ries, hast du denn mittlerweile denn... Aber Ries, hast du deinen Task mittlerweile unten rechts gemacht? Weil du hast zwar gesagt, du hast unten rechts einen Task, aber du bist nie nach unten rechts gelaufen. Nee, doch, bin nicht, aber ich hatte mehrere. Da war doch Alarm, da mussten wir alle nach links. Oh mein Gott, Bro, vielleicht geht das doch. Er hat halt den, ich spiel zum ersten Mal, Bonus. Na Bro, Ries, du bist nicht da unten rechts. Ries, sorry. Ries, sorry. Wir waren so gut, Bro, ich schwör's dir, wir waren insane. Jummi, das war so sus einfach. Bro, das war GG. Ich glaube, wer als Karl sagte, dass Kevins Stimme so bedrückt war. Ja mein Gott, ey, ich war so ausgeregt. Ich war so ausgeregt, Bro. Und danach erwirte mich Kevin einfach, danach tötet er mich einfach. Verdient, Junge. So, wer auch immer Imposter wird, als erstes wieder Romatra töten. Okay, mach ich, ich werd's wahrscheinlich sein. Wenn Romatra stirbt, bin ich der Imposter. Wenn ich jetzt länger als er ruhe. Okay, Romatra ist es, wenn er lebt. Ich will. Ich hätte meine Fresse halten sollen, holy shit. Fix wiring. Okay, ich mach hier die Kabel. Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi. Ich könnte ein Double Kill machen, aber ich glaub, Trimax hat nicht Balls. Oh nein, Trimax mach nicht. Okay, ich lauf zu den Shields und mach Prime Shields. Was ist Prime Shields für eine Aufgabe gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Oh nein, ich hätte den Romatra... Oh, ich kill Danny. Nee, nee, nee. Nevermind, das ist dumm. Oh, mein Movement war gerade wack shit. Oh, fuck! Junge, Karadokama kattiert hat. Bro, was da warst du? Bro, es hat Vace, Vace hat selber reportet. Es ist so ein... Ey, Jungs! Du bist so ein... Bro, shut up! Ich war allein in den Lenkern. Jungs, es ist so ein Bullshit. Es ist so ein Bullshit. Wir waren bei O2, Jungs, und Vace hat ihn getötet, Bro. So ein Bullshit, Dude. Vace, shut up! Shut up! Shut up! Ich kann Kevin defenden. The point ist, Kevin hätte mich auch tickt. Digga, fuck! Ja, Bro! Aber auch ganz kurz, auch ganz kurz. Vace hat sofort reportet. Vace hat sofort reportet. Vace hat sofort reportet. Bro, ach so! Ey, immer wenn es Vace ist, Vace gibt immer noch andere. Vace, shut up! Du hast selber reportet, Junge! Ey, 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 wir könnten auch beide einfach rausvoten. So Trailer-mäßig. Ja, real talk. Oh mein Gott. Ja, mach halt, aber Bro. Wir fangen aber mit dem mit weniger Reichweite an. Ja. Danny stirbt. Nein, nein, nein. Alter. Ey, ich wusste es jetzt. Ich hab doch gesehen. Lass einfach komplett random Danny rausvoten. Ich hab auch gesehen. Ich hab gewoltet. Ich hab auch gewoltet. Ich hab auch gewoltet. Es geht auch nach Reichweite. Es geht auch nach Reichweite. Oh mein Gott. Ich hab auch gesehen. Ups. Lass direkt den Knopf drücken. Lass direkt den Knopf drücken. Jungs, ich weiß wirklich nicht. Okay. Nicht reden. Mute. Okay. Ich geh zu electrical fix wires. Was aus? Ey. Wenn wir jetzt Kevin rausvoten. Bro, warum? WTF? Ja, machen wir. Das machen wir. Was ist die Taktik? Waze hat dich beschuldigt. Du hast Waze beschuldigt. Ja. Einer von euch hat den toten Buddy gewoltet. Und wir voten jetzt. Oh, chillig. Ich wurde gekickt. Nice. WTF? 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 Ich wurde gekickt. Kann ich rejoinen? Disconnected. Man kann nicht rejoinen. Geht nicht. Ja, Kevin und... Taktik bleibt. Kevin ist eh raus. Wir können nicht skippen. Wir können nicht skippen. Lebt ihr noch? Ich kann nicht mit Kevin voten. Männer, wenn nicht, sollten wir eine Runde neu starten? Ja, lass die Runde neu starten. Wir müssen. Ja, neu starten. Ja, lass neu starten. Okay. Alright. Soll ich sagen? Es war Danny und Kevin. Es war Danny und Kevin. Kevin save. Es war Waze. Ich war's legit nicht. WTF? Ich war's nicht, WTF? Es war Waze. Es war Trimax. Es war ein Trimax. Und Dings. Bro, Waze, shut up. Jungs, das ist doch ehrlich. Wir waren's jetzt. Victory! Waze, shut up. Waze, shut up. Waze, shut up. Waze, shut up. Ey, aber die Taktik ist trotzdem. Die Taktik ist trotzdem, wenn es nur einen early kill gibt und zwei Leute sich beschuldigen, voted man beide bauen. Oh mein Gott, wir haben ne Streak, Chat. Junge, es sind wieder ich und Trimax. WTF? Junge, wieder Trimax. Ey, wir müssen Karuso als erstes killen. Realtalk ist das smarteste. Wir müssen Karuso killen. Karuso labert zu viel. Karuso weiß zu viel, Bro. Okay, wir gehen zu electrical. Und machen die Kabel. Tun wir so. Bip, 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 bip. Ich mach Kabel. Oh. Ich war bei Medbay. Hab mich gescannt. Bin Cafeteria gelaufen. Hab Rhys bei Weapons gesehen. Bin unten zur Navigation gegangen. Und da lag Karuso. Mhm. Okay, was ich eigentlich sagen kann, ich hab Karuso auch gesehen. Ich hab Danny da auch gesehen, da bin ich am Anfang lang gelaufen. Ich hab Max aber da auch gesehen, also Trimax. Okay. Mit welcher Farbe bin ich die ganze Zeit rumgelaufen? Das hab ich gesehen. Max, du hast mir... Wer war die ganze Zeit neben mir, als ich die Task gemacht habe? Das war nicht ich. Ey, Navigation ist ganz recht. Einer war die ganze Zeit neben mir, wer war denn das? Ich hab die Farben nicht mehr drauf. Das kann ich gewesen sein. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich bin... Warum ich? Ja, Waze, weil du warst bei uns in der Nähe. Weil du bist an mir und Max ganz viel vorbeigelaufen. Irgendein Weirdo war die ganze Zeit neben mir, aber sagt es jetzt nicht. Ich sag mal, bei Weirdo klingelt es bei Waze für mich ein bisschen, muss ich sagen. Wie skippt man denn? Unten links. Unten links unten ist so... Trimax hat sich selber gevotet. King. King, Bro. Das heißt, er ist keine Poster. Alright. Oh mein Gott, das war so ein huge Smartplay von Max. Jetzt denken alle, dass er halt kein Imposter ist. Smart, Dude. Smart. Das war smart, oder? Jetzt sind alle rechts. Okay, warte mal. Hier war das Crosshair. Dann kann ich sagen, ich hab das Crosshair gemacht. Okay, jetzt ging meine Leistung nach oben. Ich hab hier gewartet, bis die Leistung nach oben geht. Jetzt denken alle, dass ich safe bin. Und jetzt hab ich mit Leuten. Dann hab ich eine Deckung. Okay, das Ding ist, ich hab gerade Waze als O2 losging, als Oxygen depleted ist. Erstmal Waze chillt er so ein bisschen, ne? In electrical. Macht nichts. Oh mein Gott, Waze. Dann geht er raus, über Storage, hoch, Cafeteria. Ne, ich bin in Admin gegangen. Wohin? Ich bin in Admin gegangen und hab gefaxt, das hat Ries gesehen. Hat Ries gesehen? Also, ich weiß, warte mal, Oxygen war in Admin drin, ne? Hinten rechts. Also da, wo man diese Zahlen angeben muss, da standest du auch. Ja genau, da waren wir zusammen. Das ist sehr genau. Da war ich in den Channel gelaufen und du standst da in dem hallway da links. Kann man als normal Person durch Wenz gehen? Ne. Actually, real talk, ich war, warte, wo ist das? Ich war ganz rechts. Ich war in Navigation. Also in Nähe in Navigation auf einmal sehe ich der Ries an mir vorbeilaufen, obwohl da kein anderer Durchweg war, weil ich direkt davor einen Task gemacht habe. Wait, du hast Ries gesehen durch den Wenz oder wie? Also ich habe ihn gesehen, er kam auf einmal von Navigation, davor war da keine Sau. Davor war ich da mit Romatra. Davor war ich da mit Marta. Ich mein... Äh, Ries und Hä? Äh? Oh, 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 oh. Dann ist es Ries und Vace, weil... Nein, lassen wir doch mal hin jetzt. Nein, auf einmal nicht. Auf einmal bist du laut. Es kann aber auch Krall sein jetzt, weil er... Auch noch eine Sache, ich war im Elektrizitätsraum, dann kam Vace, ist dreimal zurückgegangen, hat mich immer wieder angeguckt und Krall war da. und danach ist Waze weggelaufen. Ich glaub Waze nicht. Nein, ich hab die Quests umgedrückt und bin da runtergelaufen. Was machen wir das hier? Waze ist noch bald fertig mit Task, by the way, smile. Yeah, yeah. Yo, er ist raus. Yo, Waze, der neue Skip-Button. Fuck, Waze. Okay, warte, ich hab Karl einen Admin gesehen, wie er nichts gemacht hat. Okay, wir tun so, als würden wir helfen. Egal. Alright, okay. Ich, ich war's, also, 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 ich will, ich weiß nicht, wer von denen das war. Entweder es war Tromix oder Rumatra, beide kamen von der Richtung, beide kamen. Das war die ganze Zeit bei Rumatra. Denny, wo hast du die Leiche gefunden? Wo hast du die Leiche gefunden? Ich war die ganze Zeit bei Rumatra, wir haben Duo gegründet. Ja, aber ich hab gesehen, wie die Leiche gerade umgefallen ist, ich hab legit gesehen, wie die Leiche umgefallen ist, that's the point. Ja, von wem denn? Ja, ich weiß nicht, da waren beide, also, ich bin genau da gelaufen, wo einfach der Frame umgefallen ist und beide, da waren Tromix und Rumatra da. Und dann sind sie beide, ich, nein, ich war so, ich hab die Leiche gefunden, wer redet gerade? Denny, ne? Denny, wo hast du die Leiche gefunden? Ich hab die Leiche gefunden auf dem Weg. Boah, Junge, ich hab keinen Plan. Ja, mach die Map auf, mach die Map auf. Lower Engine, Lower Engine, glaub ich. Ich war auch da, ich war auch da, ich war auch da. Denny war bei Security, Denny ist einfach ge-adet, bei Security. Hat Panik bekommen. Nee, ich hab Action-Test gemacht, Bro. Natürlich, wenn du gelaufen bist, perfekt. Dann bist du links hingegangen, da war die Leiche, die da schon ne Zeit lang lag. Wtf, Bro. Ich hab mit Karl getanzt. Jetzt wieder sagst du, ja, entweder war das Tromix oder Rumatra und er hat die Leiche gekillt und retortet. Ja, same. Denny, schau. Genau, ich hab gesehen, wie ihr beide von ne Richtung kamt. Ich hab euch beide gesehen. Ja, ja. Rumatra, 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 hab jetzt gesehen, wie die Leiche getötet wurde. Aber echt, die Rumatra, nein, hab ich nicht. Ich hab nicht, ich bin mir so hundertprozentig sicher. Was machst du? Ja Max, warum, du schaust du nicht? Danny ist Sass, Danny ist Sass. Danny ist Sass. Matrah war die ganze Zeit bei mir, die ganze Zeit bei ihm. Was machen wir? Hallo? Skippen wir? Nee, wir brauchen Danny. Warum? Ich skipp, ich skipp, skipp. Der ist es hundertprozentig, safe. Safe? Ich hab's nicht gesehen. Keine Ahnung. Warum Skipp? Na ja, weil also, I don't know. Ich dachte, das wär ein smarter Play. can you feel the love tonight tonight als danni meinte reeds man ist durch ist gewendet ich konnte nicht mehr ich bin abgebrochen es war auch so ein god play wo du so meintest ich bin die ganze zeit mit romatra rumgelaufen romata kann es nicht sein und weißt du das klingt als als wäre es ein crewmate bro ist das so gut im chat ist so ein easy upload alter so ein easy upload auf